Sa-Wi-Sa-Wo-Sa-Wat Und... Ring-Ring-I-Ding-Ding Das hat sich nicht verändert, ne? Gut Mach ich dir die ganze Einrichtung kaputt? Nein? Oh, so ein bisschen So, was haben wir denn hier? Hochspannungsgedöns Mhm Weihnacht von Al Gore Um den müssen wir uns jetzt auch mal dringend kümmern Danke Takotaku So Bevor wir uns aber Elos Goros Nochmal Witwen Muss ich jetzt leider hier erst nochmal intensiv vergleichen Necromatenkapuze 5 MP Wenn du ein Gegner tötest 3 MP Bei perfekten Angriffen auf einen Zombie Hm Das feinde kotzen, wenn sie sich dir nähern 15% Schaden beim Brennen 2 MP Wenn du Schaden erleidest Ist jede Runde ein MP Für Diesen Ja Hm 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 Ja, die Wester haben ja schon gesagt, dass eigentlich somit das Beste ist, hat sie ja nicht verändert Was ist hiermit? Gut, das äh Brauchen wir eigentlich nicht mehr Also was machen die Nekromantenhandschuhe? Die haben wir doch auch irgendwo, oder? Und Frustung hinzug und schlecht feindliche Angriffe Das ist halt gut gegen Gut gegen Zombies, aber Gesamten Das ist nicht besser Rasierklinge des Meisters Oder Wie wär's mit dem Super Katana? Ohaha Schon rein Das Super Katana Was haben wir denn hier drauf? Zieht bluten 57 dp Fügbar Perfektem Angriff 25 Feuerschaden hinzu Okay Dann Wir haben uns das ja extra mal gekauft Gehabt Wo ist es denn jetzt hin? Da 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 Und wenn wir das anlegen Machen hier diesen 50er Feuer Mega Hast du nicht gesehen drauf So Und werden dann jetzt das Katana benutzen Die Flaschen sind glaube ich Mh Geht 50 mal 6 Der macht 50 mal 4 Der macht noch mehr Widerlichkeitsgedöns Salzgedöns Und das hält mich da noch drauf Also der hat halt auch automatisch Das Zackig mit drauf Das ist halt geil Dass die brennen Das hat der nicht mehr Dafür verursacht er mehr Schaden 100 mal 9 Ach du Schande Natürlich auch geil Hat der Diese 15% Schaden Ich könnte natürlich jetzt Ja aber der hat keine Widerlichkeitsgedöns Super elastischer Ball Mh Aber ich nehm lieber den Nimm den Widerlichkeitsgedöns Und mach noch irgendwas Zackiges drauf Was haben wir denn hier Ähm Ich krieg dreimal Bluten Bei einem perfekten Angriff hinzu HIV-Nadeln Ja wie fies So dann Schmeißen wir doch mal mit HIV-Tampons Okay Are you the kid who's making all those friends? Yes Willst du auch mitmachen? Nein? Gut 9 8 von El Gora Muss jetzt Schluss sein Es reicht Wollen wir Freunde sein? Scheinbar nicht El Goros Hände hoch Nichts Hände hoch So wollen wir doch I'm gonna get granted anyway I'm gonna get granted anyway Austesten Autsch Scheisse So Okay Wahnsinnig stabil Jawoll Nichts jawoll Ach du Liebe Fröh Ich bin auch seitdem Falsche Glocke Geh weg Okay Ihr wollt also Beschnitten werden Hab ich gehört Ah die sind ja schon total runter Ach dann wollen sie nicht beschnitten werden Dann Setz ich mal mein Mein Oh Maybe Ich denke zweimal Oh Mein Gott 5 mal bluten Ist natürlich auch extrem fies Okay Also das zieht die Gnadenlos bis sonst wo hin runter Das ist ja schon mal ganz cool Dann Geht's jetzt wieder hier rein Zu Elos Goros I'm sorry Arsch You're back Junior Algorian Ich bin zur Ja But why haven't you liked any of my Facebook messages Unless I don't like you Of course Because I'm You're no normal human kid It's you MenBearPig MenBearPig I have you now Let us fight to the death I'm MenBearPig So, jetzt kommen wir erst mal wieder hier. Jetzt schauen wir, wie Sie sich durch eine ganze Präsentation über Global Warming haben. Global Warming. Das war nicht so schlecht. Nächste Global Warming. Du kannst nicht die scientifische Sicherheit der globalen Klimawandel. Oh Gott, das ist schon. Der lässt sich ja nicht betäuben, aber ich werde ihm jetzt als erstes mal hier ein bisschen seine Rüstung ruinieren. Und dann wird ihn... Das hat geile Special-Dinge, aber... Dann hat danach gern noch ein Professor Chaos übrig. Drück mehr an Tempo-Trunk! Trenkt doch mal einen Tempo-Trunk! Und... Noch einmal... A-rence. Ja, trotzdem kommt er aber mit so einem Secret Surface. So. Jetzt werde ich nochmal darauf, weil... Das widert ja auch alle anderen an. Zack. Geh weg. Du, der wirkt. Du, der wirkt. Sehr gut. So, die sind jetzt angewiesen angewidert. Ist der auf Reflektieren oder auf Kontert? Sagen Sie mal... Der Kontert. Das ist natürlich fies. Okay. Professor Chaos. Let's see how you like dealing with me. So, erwischt was Gutes. Oh, chill. Ausgerechnet. Das ist auch nicht falsch, aber... Excelsior! Nix Excelsior! So. Wie sehen die denn aus, die Kollegen? Vier, drei... Vier, drei... Egal, komm! Aber bevor wir das machen... Entschuldige mal... Nehmen wir auf jeden Fall... Oh, wir haben keinen Ultrabank mehr. Was macht der denn? Diese Kaffee-Mischung füllt die Leere in deiner Seele, welche durch alle die dämlichen Hipster in der Welt hervorgerufen werden. Ah, egal. Hast du alles taking a sweet time? So, gib ihm! Au! Take cover! Ah! So, und aus lauter Freude über die... Freude? Scheiße, hab ich zu wenig MP. Immer noch so viel. Der steht halt auf Kontern. Werf ich doch nochmal mit denen. Oder? Warte mal, wenn das nicht geht... Machen wir vielleicht das? Der hat vier, der hat vier... Ja. So, es ist ein Stand-off. So. Ich werde mal ein bisschen Rüstung weg. Ah! I can see a light! It's beautiful! I'm so cold! Ja! Es reicht aber! I can't feel my legs! Ah! Ah! We have a secret service umgefallen! Wir haben El Gorni da! Jawoll! Wir haben ihn eiskalt erledigt durch... Durch Blutung und... Und Widerlichkeit der... Widerlichkeit! Jawoll! Und jetzt kommen wir in seinen Secret Room. Oh, look! He was playing President! Na, natürlich spielt er Präsident! Er durfte ja selber nie sein! Er war ja nur... Vice President! Schweinebärmann-Keule! Oh, Hamburgers! Oh, I'm sorry about this! Mehr ist hier nicht! Mal genau gucken! Sind ich irgendwo noch... Nee! Sieht nicht danach aus! Okay! Okay! So! Wir haben... Al Gore entfreundet! Wir sind seine dämlichen Nachrichten endlich los! Das ist ein Traum! So! Waren wir hier überall gewesen? Ich glaube, ne? Das hinten war die Chaos-Höhle! Das war Mackie! Und mehr war hier ja nicht! Gut! Geh mir aus dem Weg! Du Bierflasche, du! Achtung! Ach heje! Waffen fallen lassen! Geht sich halt nicht! Schönen Tag! Nee! Rüstung! 4-3, 4-3, ist egal! Au! Das ist natürlich immun gegen widerlich... ...gedöns! Das ist klar! Ach! Und weg! Achtung! Scheiße! Ach du lieber! So! Jetzt blutet er! Und wenn er jetzt schon mal so schön blutet... Scheiße! Krieg er mal einen drauf! Weg! Das läuft ja wahnsinnig gut! Pow! So! War da hinten... Da war keine Fahne mehr, ne? Nee! Okay! Dann müssen wir zu Fuß gehen! Gude, alter, alter, alter Gude! Gude! Sagen Sie mal! Du hast nur Klamotten, oder? Der hat auch... Der hat auch... Tempotränke! Aber keine... Keine Ultra Turbo hast du nicht gesehen! Tempotränke! Tja! 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 Vielen Dank.